Alles fühlt sich zu kalt und leer an, so emotionslos, so gleichgültig. Mir fallen die einfachsten Dinge, schier unmöglich. Um mich herum bewegt es sich und ich stehe still. Ich habe vergessen, wer ich bin. Wo gehöre ich hin? Was sind meine Ziele und Wünsche? Ich wurde vernachlässigt. Wo bist du, Papa? Ich habe mich vernachlässigt. Wer bin ich? Ich habe mich vernachlässigt.